Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hans Showdown. Ich war mit der lieben Tina und der Sonja auf der neuen Map unterwegs und wir haben uns einen sehr, sehr kleinen Ort ausgesucht, wo wir fighten wollten. Warum und weshalb müsst ihr euch angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit mir über einen Kommentar für einen Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Hat rein, viel Spaß. Oh. Flippi steht hinter mir und meckert. Man hört's. Wir diskutieren nach dem Stream, okay? Ja? Wäre das okay für dich? Jetzt diskutieren ist nicht so gut. Nee, nee, nee. Psst. Ich habe heute Nacht von Hand geträumt, fällt mir gerade ein. Na ja? Wir sind mit der Quad-Deringer über die Map gerannt. Die hatte ich gerade eben. Wecklech. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch von der Quad-Deringer. Krass, ich kann, ich glaube, das war das zweite Mal überhaupt, dass ich von Hand geträumt habe. Hm, so oft hat diese Woche noch nicht. Das war die Selbstmord-Prigitte. Die wollte hier gerade wieder runterspringen. Oh, die Verrückten kommen. Ich geh dann mal. Ja, schnell weg. Heaping mitnehmen, da können wir ausschwärmen. Nach links und nach rechts. Boah, ich habe gestern Abend noch eine Runde, also gestern nach dem Madison haben wir noch eine Runde gespielt. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so krass erschrocken. Ich bin bei Heritage, wollte ich durch den Bosslayer rennen, bin oben hinten rein, habe die Tür noch aufgemacht. Und auf einmal saß da einer still und leise und hat mich abgeschossen. Oh, nee. Bin bald vorm Stuhl gefallen. Oh, hab ich mich erschrocken. Alter. Alter. Alter, Falter. Nicht deines. Oh. Oh. Junge. Ach du Scheiße, hab ich mich erschrocken. Boah, ich habe geschrien. Ich habe geschrien, wie Sonja und Marc zusammen. Das war so schlimm. Das sind die schrecklichsten Momente in Hand, echt. Kann ich nie haben. Hallo, Blade. Ich habe es aufgenommen. Ich bin noch am überlegen, ob es in der Handschau oder im Folge kommt, weil es war echt hart. Ich habe mich so erschrocken, dass ich mir selber leid tue. Mach mal. Oh nein, 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 nein. Ach, komm schon, Mann. Ich stehe doch schon am Klo. Ja, ich sag's noch, Heritage. Hm. Oh. Natürlich auch ein Halb. Habt ihr den Chat offen? Ja. Okay, Sanja, du offen. Okay. Jetzt ja. Ja. Mr. Tilly. Hi. Ich habe Lecks. Ihr auch? Hm. Oh, warte mal. Südosten hat eine Hive geschrien. Ziemlich weit weg. Sehr, sehr weit weg. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch schon. Hier. Da haben die von Äsch. Oh, hier sind Raben. Mh, haben die Idiotenloch. Mh. das war eine sensationelle info alle schießen direkt ich spreng die tür hier weg das hat ein bisschen weh getan ich gehe mal rüber da ist einer drin hier draußen ist irgendwas ja hier sind welche ja 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 wo willst du hin mann ey wo sieht er mich denn da wirft jemand oh nein oh mein gott oh mein gott wir sitzen hier voll in der falle ja wir müssen da drüben jetzt eigentlich rein ja aber ja ich geh nicht vor ich sterbe gleich wieder okay warte mal bis der die job vorbei ist oh nein es kommt schon wieder was geflogen ja ja kann man mal machen mhm grammophon an macht dann gibt es doch ja 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 nein einfach still sitzen ja das ist ein bieter irgendwo da oben fliegt er der kaki durch die wände der hatte ich oben getroffen aber oben die haben mich erst durch die wände ein dünner geflogen es ist offen ja aber ich habe mal draußen geschmissen war das aber warte mal war das da ist noch einer mitgefallen war das eine frage der typ steht hier direkt davor ich verstehe es nicht ich habe gehört dass er ja ich wäre tot gewesen ich könnte es so aufheben glaube ich sitzen hier voll fest jetzt kommt da auch noch was geflogen das team jetzt hier weg ich weiß nicht eine fehle ich möchte da rein rein ich weiß nicht aber es geht nicht zu werfen habt ihr nichts mehr oder das ist überhaupt niemand und die schießen ständig ich habe keine heilung mehr das heißt wenn ich getroffen werde bin ich tot wo war der denn durch die wände das ist das was ich ja gerade hatte wo ich sagen 50 meter also nicht durch die wand ich kann es versuchen ja aber der ist ja irgendwo im nordwesten muss direkt nach vorne laufen keine heilung mehr also das ganze ist auf sand gebaut ich musste irgendwie die runterkommen in den einen luten der lebt wieder wow beim luten ist er aufgestanden hab ich mich erschrocken oh gott wusste keiner was ich machen sollte ich dachte schon ich habe ihn aufgehoben das wäre es gewesen ey holy loli jetzt kann man ihn gar nicht mehr looten jetzt ist er nach dem mokadischu geflogen da unten hallo mark mache ich gleich das habe ich echt gedacht ohne scheiß ich habe richtig reißlauf jetzt kurz ich bin so erschrocken also ich kann nichts mehr machen ich auch nicht ich habe 50 hp ja so noobster dankeschön für zehn monate wie die zeit vergeht vielen 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 dank hi ich glaube die wollen die laufen sie laufen sie laufen sie laufen sie laufen sie laufen ich lote den kacke jetzt hier in der hoffnung dass ich heilung bekommen ein verband reicht ich habe natürlich keine bekommen ne erstickungsbombe wer braucht sie da oben da oben da oben da oben da oben auf dem behügel Ok naja einer closed neben mir Piken ist unser Tod Mann nein nicht schon wieder husten die laufen ja hatte ich gesagt ja ja nee aber eben gerade nur noch einer hier ich glaube einer lässt sich so ein bisschen fallen ja es sind wieder ganz tolle runde wahrscheinlich aber warten die kommt ja der sitzt hier im busch der drecksack sonja für das halt hallo rainer wenn du beim spazieren gehen axel rahmen entdeckst und dich dux oder langsam geht ja doch gar keine sicht mehr das war der kumpel von dem kumpel von dem toten vielleicht kannst du einen jetzt aufheben von uns oben der ist unten drin schade pass auf der andere kommt die heul dinge hoch deswegen hat er auch sicht benutzt der hat den genekrot halt das ist drüben drin scheiße scheiß hey moment mal das ist aber die bounty die haben jetzt ja ich kapiere gar nichts mehr ja sparks ja 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 von unten hat er hochgeschossen ja wow ist er noch Tür geht auf, innen drin. Durch die Wand, nicht durch die Decke wahrscheinlich. Einer ist unten drin vielleicht. Oh nein! Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Da waren noch gerade drei Leute, du hast gerade einen erschossen. Ja, das andere Team ist ja auch noch da. Wir haben den einen ja auch angeschossen. Nur noch eine Schrotkugel. Oh Mann, geh weg mit dem Kack! Haha, Timmy! Hallo Timmy und vielen, vielen Dank! Timmy Thimpson! Hier oben? Sensationell! Hallo Mr. Sing-Sang! Oh mein Gott! Oh, ist das nervig. Das Gebamsel ist furchtbar, ich mag das auch nicht. Der eine ist über euch. Jaja. Habt ihr nen Head oben? Der eine ist hinterm Haupttorn. Hab einen! Nice! Nice! Ich hab nur noch eine Kugel. Da liegt sie. Da müssen wir jetzt aufpassen. Die mit der Sparks ist One-Shot mit der Pex und so weiter. Er hebt sie jetzt. Die ist halt ultra low. Oh! Was? Sie lebt noch! Nein. Du hast dir nen Poppes geschossen leider. Nein. Ja. Lebt sie noch? Ja. Das gibt's doch nicht. Da vorne liegt ne Bounty. Sonja schlängelt. Die alte Schlange. Ach, da mal. Sehr schön. Ach du Scheiße, was ist das? Ehmann. 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 Na sauber. Hallo Hanna. Hallo Klausi. Drei. Ne. Oh ne einmal. Drei mal. Ähm. 255. 300. 300. Mhm. Aber halt alles. Kommt. Hebt euer Maid auf. Ja ihr solltet, also ihr solltet glaube ich nicht großartig pieken. Ne ne. Ich hab nur die Leiche im Blick. Ja. Das ist gut. Ja und die gewann sehr gut noch zwei. Schau mal ob bei Jan jemand ist. Jan liegt frei ne. Okay. Warte, warte. Ich versuch mal bleib du hier? Ja. Die Rettungsaktion. Yeah. Da 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 da. Au oh. Oh no. Jetzt muss ich. Ist egal. Jetzt muss ich. Auf jeden Fall. War der Klaus bei dir? Ne. Hinten. An dem Gebirge da. Martini. Ne Advokade. Willkommen im Edin imagin. Oder ist er mit umgefallen. Ich weißus nicht. Oh Mann, ey. Die haben neu Bounty aufgenommen, das heißt, die haben fünf Sekunden wieder. Jo, danke. Der steht auf 300 auf dem Weg. Ja, zwei Stück. Weiter weg, oder? Ah, da hinten, recht an der Scheune. An der Ecke schon, ja. Und da hinter, hinter dem Hügel. Der läuft durchs Feld. Da ist noch einmal Muni, falls der braucht. Na, da habe ich vorhin reingegriffen, weil ich keine Schrotmärze hatte. 15 im Feld, hinterm Heuballen. Eine kommt hier vorne ran. Oh mein Gott. Der war schon mal tot, das ist Holy Loli. Ja, an der Ecke ist er. Wah. Der wirft was? Nein. Oben auf dem Heuballen. Nein, er hat die Waffe gewechselt. Jetzt habe ich aber... Hab ihn. Nein. Holy Loli down. Ich schaue, der letzte... Oh, der ist auch hier unten. Ja. Weglos. Wo denn? Wer ist hier unten an der Ecke? Achso, ja gut. Müsste clear sein, ne? Ja, ist clear. Was ne erste Runde, alter Schwede. Das war ja fürchterlich. Wir sind nicht einmal richtig aus diesem Kakaos hier rausgekommen. Oh, wow. Also, das war mal wirklich eine krasse Runde. Ich habe mal mega gemacht mit 50 Leben und so. Jetzt können wir aufhören. Ja. Sorry, Leute. Das war's. Hallo, Kogatz. Alles abfallend, die Runde. Ja, jetzt war ja auch keine Heilung. Ah, ich habe Geier. Oh, geil. Habt ihr alle 50 Leben, sag mal? Ja. Ich auch. Ne Freaky Friday Idee mit dem Matic war großartig. Hehe. Die kam von Dina. Ja. Wir haben neun Kills gemacht. Ach du Scheiße. Außer mit Team 1 hatten wir gar nichts am Hut. Ach, die sind raus. Ja. Leben am Limit. Was für eine Runde. Sensationell. Tina und Sonja haben das sehr, sehr gut gemacht. Wirklich sehr, sehr gut. Was mich so ein bisschen gewundert hat, Sonja hat ne Nett rausgeworfen, also ne Frack. Und ich war eigentlich vor Tina und Tina ist gestorben, obwohl sie da so in der Ecke gestanden hat. Und ich habe überhaupt keinen Schaden bekommen, glaube ich. Das war ganz, ganz komisch. Ähm. Ja, seltsam. Weil normalerweise gehen diese Splitter ja dann nicht durch die Wand und Sonja hat die ja rausgeworfen. Also warum sie da gestorben ist, verstehe ich nicht. Aber so ist das manchmal. Ähm. Ja, sehr krasse Runde. Als ich, ähm, mitgekriegt habe, ich wollte ja den einen looten und dann ist der aufgestanden. Ich habe echt gedacht, in dem Moment, ich habe den aufgehoben. Und ich habe mich so erschrocken und ich hatte so Kreislaufprobleme danach. Und die Nacht davor hatte ich ja mit Hannah gespielt, das habt ihr ja auch gesehen in der Runde. Da habe ich mich noch viel mehr erschrocken. Und, also, Hand kann schon ganz schön krass sein in solchen Situationen. Ja, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich fand sie sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt beim zweiten Gucken, ich habe sie ja live miterlebt, ähm, fand ich sie sogar noch spannender, als ich sie, ähm, im Spiel erlebt habe. Ähm, ja, denkt an meinen Tiefspeak, das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de, die haben wir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Aber bevor ihr den jederzeit nutzt, denkt an meinen Stream heute Mittag ab 14 Uhr. Wenn ihr Bock habt, auf Twitch bin ich live bis 18 Uhr circa. Und, ähm, unten ist Game.de verlinkt. Die könnt ihr jederzeit besuchen, gerade wenn ihr selber Tiefspeak Mumble, Rootserver, Gameserver, Webserver, etc. sucht. Seid ihr an einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt. Und, gesunde Alternative zu Red Bull, Monster und so weiter. Kein Zucker, kein Scheiß. Guckt es euch mal an. Ich bin super begeistert davon. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Unser Discord ist unten verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns heute ab 14 Uhr oder morgen 9.30 Uhr nächstes YouTube-Video. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Bitte.